Ja, die Pulture, sie ist ein bisschen wie ein Ding-Dong. Ein Local Hero. Du bist mein Local Hero. Das ist aber schön. War ich ja nicht gestern. Ich war dann ein Verreiß-Hero. Es gibt noch einen, nicht den Local Hero, sondern den Pole-Kill-Hero. Das ist nämlich der Paul Walter White Anthony Amirati aus Frankreich. Was, Paul Walker? Ist er nicht gestorben? Nee, Paul Walter. Ah, okay. Ein Stabhochspringer. Und der heißt Anthony Amirati. Und der hat die Latte mit seiner Latte gerissen. Ah, echt? Und weil natürlich alle gebannt am Bildschirm sind, ist das ein Thema. Also keine Transfrau, oder? Wahrscheinlich nicht. Wenn er mit seiner Latte da hochspringen konnte und... Aha, Tino. Willst du damit sagen, Frauen können keinen Penis haben? Das sagt nicht ich. Das sagt das Olympia-Komitee. Ach so. Wiss ich nicht. Denn da waren Transfrauen zum Teil ausgeschlossen aus viel Disziplin. Zum Teil. Also der Penis ist nicht ausgeschlossen. Der darf teilnehmen. Der Rest ist ausgeschlossen. Meistens schon. Anyways. Kommt auf die Penisringe an. Wenn die die Olympia-Farben haben, darfst du die wieder einsetzen. Okay, okay. Wir sind übrigens hier versammelt, um Gott zu huldigen. Wir sind zusammengekommen, um Tina zu begrüßen. Danke. Und Schmatz Schmiggelsen. Hallo. Marlene ist auch da. Nice. Und zwar hat sie sich zur Aufgabe gemacht, hier zu essen im Podcast, weil ihr das so mögt. Das ist der ASMR-Teil quasi. Ja. Und Appetit, dein Rega. Dankeschön. Gesponsert von Lieferando, von Peter. Mhm. Ähm. Bei 24 kennst du die Serie? Ähm. Ja, wo das so am Telefonnummer ist. Genau. Und wenn der Hauptdarsteller jetzt... Wenn der bei dem arbeiten würde, wäre das dann Kiefer-Rando. Ah. Mhm. Das war's auch schon. Ach, wie wie ein Kiefer... Sutherland. Ich fand den dann eh immer komisch, dass er einfach Kiefer heißt. Der heißt einfach Kiefer, ne? Stell dir mal vor, irgendwie, du heißt... Das ist der Bruder Ellenbogen, Safarland. Ja, ganz. Und Kniescheibe, Safarland. Ganz. Lerche. Ja. Lerche-Suderland. Ja. Lerche-Suderland. Lerche-Suderland klingt schon wieder wie ein Album von... Klar, das war keine Ahnung. Egal. Wir sind übrigens Brennpunkt Internet. Ja. Ein saftiges Aloha von der Daten bei Autobahn. Wir sind Stinko und... Ronaldinho. 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 Und wir haben auch noch Malin da, die ist. Ich denke wirklich, meine Füße riechen heute extrem. Das ist ganz normal. Von der Autofahrt hierher. Ja, weil du... Bist du Fred Feuerstein, oder was? Die ganze Zeit mit Füßen da unten von der Autofahrt. Ich musste so Bleifuß machen. Wir linksgrün versifften. Wir nutzen noch keine Motoren mehr normalen. Sondern wir nehmen ja unsere eigenen Füße. Okay. Aber so ein Auto als Gehäuse fürs Gefühl. Und dann machen wir die Flintstones so... Und laufen dann selber. Okay. Von Berlin nach Weimar zurück. Ja, war's denn schön? Es war sehr schön. Ich hab Alligator in der Wuhlheide gesehen. Hat Spaß gemacht. War richtig cool. Ist dieser Boxer, oder? Mohammed Alligator. Genau. Der war da sehr, sehr aufgetreten. Hat alle noch die Schnauze gehauen. Ja. Zurecht. Da konnte man klatschen nach jedem Schlag. War gut. Ach so. Es war ein Metal-Konzert quasi. Alligator ist jetzt ein Mettler geworden. Und hat auch seine alten Songs zum Metal präsentiert zum Teil. War schon gut. Kann man sich vergeben. Ich hab auch den Intro-Song zu dieser Nineties-Serie gemacht. Wo auch hier... Wir hatten ja von Walter White. Wie heißt der Schauspieler nochmal? Brian Cranston. Brian Cranston. Der hat da ja mitgespielt. Mhm. Bei Malcolm in the Metal. Ah, ja. Das war der. Das stimmt. Ja, ja. Das war der. Gute Serie auf jeden Fall. Aber er hat Daylight gecovert von den No Angels. Okay. Was auch von denen ein Cover ist. Von den No Angels aber. Das wissen die wenigsten. Okay. Der war gut in Berlin. War schön. War nur eine Nacht quasi. Bei einer Freundin gepennt. Liebe Grüße. Und mit Regios hingefahren. Und mit Freunden zurückgefahren. Mit dem Auto. Wusstest du, dass die Explosion das Michael Bay Light ist? Das wusste ich nicht. Musste ich jetzt noch ganz schnell irgendwas zusammenschustern. Gab es eine Explosion? Nee, aber Michael Bay hat ja immer Explosionen. Und Daylight und Bay Light. Ich kenn den nicht. Wollen wir Gigs ganz oft immer erklären. Ich kenn den nicht. Michael Bay. Ich finde... Transformers. Nicht gesehen. Aber gehört. Transformers sind Autos, die zu Maschinen werden. Ja. Robotern. Das weiß ich. Wie könnte denn der Ober-Transformer heißen? Die haben so einen Führer. Geht's nicht doch Optimus Prime oder was? Ah. Du bist doch ein Nerd. Du bist doch voll drin, Alter. Das hab ich mal gehört. Ja. Ich hab gehört... Von Paul Walker hat's ja auch gesprochen. Ja. Der hat ja sein Auto auch zum Transformer vom... Quasi, ja. Hat sich unsterblich gemacht, ja. Gott, oh Gott. Hat sich unsterblich gemacht, ja. Das war die ökologische Variante, der hat da so einen Baum eingearbeitet. Anyways. Das soll nicht das Thema heute sein. Ne, es gibt so viele andere Themen diese Woche, die wirklich brisant waren, ja. Sehr brisant. Und wir gehen auch ein bisschen von den Vereinigten Staaten wieder weg. Nach Frankreich, so ein bisschen. Ja, was ist da los? Na, hier die Olympischen Ringe und so. Ach so, ich dachte wieder... Aber ich werd noch ganz kurz eine witzige Meldung vermelden. Und zwar hab ich gelesen, dass der Telegram-Chef, der ist wohl hundertfacher Vater. Okay. Der heißt Pavel Duro. Weiß nicht, wie das ausgesprochen wird, auf Russisch. Pavel Durof. Wahrscheinlich. Und der hat sich verkündet, dass er halt für die Samenspende wirbt. Ach so, ja gut. Er hat selber schon hunderte Kinder gezeugt und macht halt Werbung für. Ja, und stell dir mal vor, der hat hundert Kindern seinen Samen gespendet. Der ist bestimmt trotzdem ein besserer Vater als Elon Musk. Das kann sein. Sieht seine Kinder wahrscheinlich noch öfter als der. Ja. Der nimmt die Kinder vielleicht auch nicht. Ja. Oder er kennt die Kinder wahrscheinlich gar nicht, der hier Pavel. Ja. Ist der jetzt eigentlich mal auf diesem Planeten gelandet? Können wir den jetzt endlich Elon Musk nennen? Noch nicht, leider. Noch nicht. Um das von vorhin nochmal aufzugreifen. Wir sind heute schon rumgezogen. Ich hab mich warm gefahren. Wir haben heute Wurst-of-Wort-Spiel in ein paar Sachen gefilmt. Nice. Nicht noch gar nicht. Ich war nur im Auto und hab da fast geschlafen. Ich bin ein bisschen kaputt. Können wir die Tage auch nochmal ein, zwei Sachen machen? Du hast ja auch schon mal mit Wurst-of-Wort-Spiele. Echt? Ja. Ich hab von Herodes noch ein paar Clips. Jetzt mit Marlin ein paar Clips. Und das ist immer so, weil ihr so lustig alle seid. Und dann bin ich immer so auf Trug. Ne, es ist ja eigentlich nur, weil ich finde ja Spazierengehen ist ja üde. Ja. Aber wenn man spazieren geht mit einer Mission. Ja. Ja. Oh, ich seh da drüben eine Stange. Haha. Ja. Frag mich jetzt nicht. Eine Stange rauchen würde ich sagen. Ja, genau. Eine Stange kippen. Eine Stange kippen. Haha. Das ist ein Teamwork. Teamwork. Richtig Werkstatt heute. Also ich kann das gerne mal machen, aber ich hab nicht viel Zeit die Woche. Okay. Ich muss wieder arbeiten. Ich muss malochen. Ja, aber wir mussten alle malochen diese Woche. Nämlich News zusammentragen und Gewichte zusammentragen, wenn du olympischer Gewichtshilber bist, I guess. Gibt's sowas? Wir können ja gerne einsteigen in das Thema. Da ist echt viel passiert bei Olympia. Also es fing an mit der Eröffnungsfeier und da haben sich ganz viele darüber beschwert, dass diese Eröffnungsshow, das Christentum diffamiert, das Abendmahl wurde wohl in den Schmutz gezogen. Wo dann aber der Autor des Ganzen gesagt hat, ey, das ist eigentlich überhaupt nicht das Abendmahl. Das ist halt ein griechisches Bild, eine griechische Mythologie. Na, die griechischen Götter einfach. Das Mal der Götter irgendwie und da gibt's Dionysos oder wie der heißt Dionysos. Es gibt Dion, das kann man so festhalten. Irgendwie so, der wird dargestellt, der aber als Jesus quasi interpretiert wurde, was Quatsch ist. Und es wurde als große Dragshow quasi verunglimpft. Gott, das geht gar nicht. Da wurde das Christentum quasi durch den Drag gezogen. Genau, da fing es quasi an damit. Dass alle sich empört haben und wollten das wegcanceln. Wir kennen das ja von der rechten Bubble. Und sie haben sich in den Gefühlen verletzt und wollten nie wieder Olympia gucken. Wegen dieses ganzen Dings. Und es wurde wohl auch tatsächlich die Show dann auch gelöscht von YouTube. Da hat Olympia reagiert. Also ganz, ganz schwierig. Das habe ich nicht mitbekommen. Aber das war ja trotzdem, wie wir alle festgestellt haben, alles ganz großer Quatsch. Genau, Dionysos. Dionysos heißt das, nicht das Abendmahl. Ja. Kann man nicht sehen, da gibt es nämlich auch so einen dicken Mann, der hat irgendwelche Weintrauben auf dem Kopf und so. Also das Fest war der Götter von Jan von Bichlerd. Bichlerd. Bichlerd, genau. Da ist es angelehnt. Das kann man auch erkennen an der Anzahl der Leute, die auf der Bühne waren. An dem Obst und so weiter. Und an dieser Krone hier, die aufgesetzt ist und so. Das kann man schon ganz gut vergleichen miteinander. Und dieser Dionysos hat auf jeden Fall auch mal Weintrauben auf dem Kopf. Also man kann das echt ableiten da vorne mit dem Abendmahl nichts zu tun. Ja. Das war der erste Skandal. Wurde sich hart beschwert. Und habe aber dann auch ein paar gesagt, die dann ein paar gesehen, weil ich bin ja immer auch mal bei den Trump Anhängern unterwegs und gucke, was die so schreiben. Und da stand dann schon bei manchen Leuten, ja alter geht mir jetzt mal nicht auf den Sack. Das ist Frankreich. Was hat denn das jetzt hier mit uns gerade zu tun? Das auch, ja. Und the French doing something weird. Oh, wow. What news? What else is new? Ja. Ich habe es nicht mal gesehen. Aber es ist schon auch ein großer Skandal. Es war ein Riesenskandal tatsächlich. Und viele behaupten immer noch online, dass es irgendwie das Christentum wäre. Aber wir haben es jetzt hier für alle angekündigt. Ist nicht so hochkündig. Abregen. Ich muss trotzdem noch da kurz bleiben, denn es wurde sich nicht nur darüber aufgeregt, sondern auch insgesamt über die Gayisierung des Ganzen. Ja. Und da gab es ein Video von einem Menschen. Und da haben sich Leute darüber aufgeregt, dass da der Ballsack rausguckt. Ja, das kann passieren. Nein, aber pass auf. Es war halt eine Laufmasche. Ja, so in so einer Strumpfhose, dass dann hier so ein Halbkreis von der Hose weggeht, von einer kurzen Hose halt. Und dann haben die Leute gesagt, guck mal, wie schlimm und wie weird die alle sind. Der läuft da rum und sein Sack guckt da raus. Ja. Und das ist ja also, wenn man sich jetzt überlegt, dass du da so eine hautenge Hose anhast und dann so abgeschnürt dein Sack da am Bein irgendwie runter baumelt. Das würde man ja merken. Ja. Und das würde wahrscheinlich nicht so angenehm sein. Das war so das Absurdeste von allem, was ich gesehen habe. Ist mir auch schon in Kostümen am Theater passiert. Bei Proben zumindest nur, da war ich ganz froh drüber. Es kann vorkönnen, dass du solche hautengen Sachen anhast, dann kann doch mal was raus baumeln. Ja, aber das merkt man ja. Nicht immer. Nee. Nee. Na gut. Tino, guck mal da unten. Alles schon abgestorben. Ich hab's auf dem Ohr. Tino da unten. Aha. Sorry. Tino die Kinder. Oh Gott. Es sind Hoden, okay. Es sind Hoden. Es ist nicht irgendwie, weiß ich nicht, was anderes. Also ich habe sehr... Haben wir alle. Ich habe sehr oft das Wort Ballsack gelesen und da musste ich halt lachen. Deswegen habe ich hier ganz große Ballsack hingeschrieben. Aber Ballsack ging sehr viel bei Olympia, denn es wurde einigen, gerade weiblichen AthletInnen vorgeworfen, dass sie eigentlich Männer wären. Und ganz große Schlagzeilen war, ich muss den Namen... Oh, jetzt hab ich's zugemacht. Muss ich ablesen. Und zwar Imane Kilif. Die ist angetreten im Boxen und hat ihre Gegnerin sehr schnell besiegt. Und dann kam ganz schnell auf, oh das ist doch ein Mann, das sieht man doch irgendwie. Und ja, die Gesichtszüge sind recht maskulin, aber man muss dazu sagen, dass es im Kampfsport öfter ist, dass Frauen sehr viel trainieren und so weiter. Ne, weil die sich die Schnauze einschlagen und völlig deformiert sind. Kommt das erstens mal vor, das ist das eine. Und zweitens hat sich ganz schnell das Gerücht aufgesetzt, dass es halt eine Transfrau wäre. Aber im Olympia-Boxen sind Transfrauen gar nicht zugelassen. Und das heißt, es kann gar keine Transfrau sein und auch kein Mann sein, denn die dürfen nicht antreten. Also ich hoffe ja, dass dieses Komitee da alle Nacht antreten lässt und vielleicht mal Probe fühlt oder so. Können sie machen. Dass das alles mit rechtem Ding zu geht. Ich vertraue das sonst nicht. Was man sagen muss ist, dass von der Imane tatsächlich einige Testwerte abweichen von der Norm. Aber daran erkennt man eben auch nur, dass Geschlechter auch ein gewisses Spektrum haben. Also es gibt Frauen, die haben andere Chromosomenpaare oder auch der Testosteron-Spiegel kann höher sein. Das macht aber dein Geschlecht noch nicht zu 100% aus. Aber bei ihr trifft es halt ein bisschen zu, dass die Chromosomenpaare nicht ganz stimmen und dass die Testosteron-Werte hoch sind. Sie deswegen auch schon von gewissen Box-Ligen abgelehnt worden ist. Aber nicht weil sie ein Mann ist, sondern einfach weil die Testosteron-Werte zu hoch sind. Das ist ein Unterschied. Ich würde mal einen ganz kleinen Schwenk kurz von der Olympiade. Ich habe es schon wieder falsch gesagt. Die Olympiade ist die Zeit zwischen den Olympiagen. Ja, genau. Aber würde ich ganz kurz mal einen Schlenkerle machen, um zu betonen, wie dumm diese Debatte ist. Ja. Also man kann ja darüber reden, aber im großen Stil, was gerade so auf der Welt passiert, ist das halt so absurd sich das so zum Leidenschaftsthema zu machen. Und mein davon ablenkendes Thema ist, ich habe diese Woche gelernt, dass die NASA die Klimakrise misst in Hiroshima's per second. Aha. Das ist sehr schön. Hier gibt es nämlich so eine Skala. Von 2003 beginnt die. Bei 2003 haben wir pro Sekunde drei Hiroshima's gehabt an Energie quasi, die alles erwärmt und so weiter. Und jetzt sind wir bei mittlerweile, warte, ist ein bisschen noch mal kurz gesunken, aber wir sind gerade bei 13 Hiroshima's. In der Pandemiezeit vielleicht so nach unten gegangen, so ein bisschen. Ja, nicht wirklich. Nee, nee, tatsächlich nicht. Nee. Weil es ganz lag. Ja. Guck mal, als Obama an die Macht kam, hat es einen kleinen Schlenkerle nach unten gebracht. Stimmt, stimmt. Und dann irgendwie nochmal, als Obama nochmal an die Macht kam, hat es auch nochmal einen Schlenkerle nach unten gemacht. Stimmt, das ist irgendwie komisch. Alle vier Jahre macht es ja einen Schlenkerle irgendwie. Dann kam Trump, seitdem ist es hier, dann kam Biden. Ja, schwierig. Ja, Biden, sag mal wie es ist, bei beiden ging es schnell nach oben, aber das war wahrscheinlich eher so, als der... Krieg wahrscheinlich. Auch, ja, Krieg. Und als der Lockdown vorbei war, da haben wir natürlich alle endlich wieder... Da habe ich meinen Hiroshima zu Hause wieder angeschmissen. Da haben ja alle schnell wieder die Außengastro gestürmt, da ging es wieder richtig drunter und drüber. Wuling war da Leute. Ähm, ja. Heute lernte ich. Aber Hiroshima per Second, das ist doch witzig. Das ist eigentlich eine ganz coole Einheit für alles mögliche. Und das wird gemessen im 36-Monat-Durchschnitt. Also nicht irgendwie, wir gucken mal, wie viele Hiroshima sind heute draußen, sondern man misst da immer rückwärts gewandt 36 Monate und nimmt dann den Durchschnitt und dann kommt halt diese Tendenz bei rum. Ja. Aber die Olympischen Spiele standen ja immer noch. Ja, und das war halt das Thema der Woche mit der angeblichen Transfrau. Aber es ist bewiesen, dass sie halt eine Cis-Frau ist, also sie ist als Frau geboren und lebt auch als Frau. Und es gab noch einen Fall, aber das war glaube ich Judo, wo auch eine Person, die etwas männlicher aussieht, aber auch eine Frau ist, auch gewonnen hat. Judo versus Palästino. Wahrscheinlich, genau. Und die hat auch haushoch gewonnen und ist aber auch eine Cis-Frau. Also es gab ganz viele Fake News, die auch von teilweise sehr seriösen Medien aufgegriffen worden sind. Wo die aber zurückbrudern und sagen, ey, haben wir uns gehört, es ist halt doch eine Cis-Frau und so. Also es spricht gerade ein bisschen zusammen. Und es wurde halt so ein großes Politikum gemacht. Ja. Also ich bin dafür Schwanzfrau statt Transfrau. Ja, warum nicht? Wenn das dein Kink ist, dann sehr gerne. Und es ist auch noch eine andere Frau ausgeschlossen worden, aber nicht wegen welchen Geschlechtssachen, sondern sie wurde rausgeschmissen, weil sie sich aus dem Olympischen Dorf entfernt hat, ohne nachzufragen. Denn sie hat ein Selfie gepostet mit ihrem Partner, glaube ich, vor dem Eiffelturm in Paris. Was fällt dir ein? Was fällt dir ein? Und es ist sehr respektlos von ihr gewesen und aus Sicherheitsgründen müssen die eben drin bleiben in diesem Olympischen Dorf und dürfen nur raus, wenn sie gefragt haben, hat sie nicht gemacht und hat sie gepostet und ist jetzt disqualifiziert worden. Also sehr streng bei Olympia. Mhm. Mhm. Streng ist auch der Geruch der Seine, in die eingetaucht wurde. Das ist auch so ein kleines Meme die Woche wieder gewesen. Also die letzten Wochen ja auch schon. Ach, der Fluss in Paris. Das ist korrekt, danke. Gerne. Nur für unsere dummen Zuhörer. Weil da wurde ja durchgeschwommen durch diesen Scheiße-Kanal und die haben im Vorfeld da ja ganz viel Chlor und so reingehauen, um das halbwegs steril zu bekommen. Mhm. Ist natürlich trotzdem nicht so gut. Aber das war auch in vergangenen Olympischen Spielen schon immer mal Thema. Ich glaube in Rio de Janeiro oder so, war das auch ganz schlimm. Und ja, ich hoffe, ihr habt keinen Kohlenacher. Hoffen wir auch. Es wurde ja gereinigt extra. Deswegen denke ich mal, wird das schon okay sein. Ist nicht hier, nicht Sarkozy, weiß er. Macron hat hier extra reingesprungen, um zu zeigen, hier er ist. Nee, das ist hier nicht. Ach stimmt, ja doch da war was. Irgendwas war was. Aber wenn das eine männliche Person sauber macht, wie würde man den dann bezeichnen? Seine Seine. Was? Seine Seine. Wenn es ein Fluss ist? Nee, ist egal. Der Rodes weiß wieder, was ich machen wollte. Bitte kommentieren, der Rodes. Erkläre uns diesen Witz. Also ein Mann, der etwas reinigt. Egal. Ah, okay, das verstehe ich, ja. Lachmoment. Lachmoment. Warum steht die? Jetzt bin ich im falschen Ordner. Egal. Wir haben... Falscher Podcast. Außerdem ein großes Foto gehabt, Alter. Ich kann nicht mehr reden. Ja, hab ich auch gesehen, ja. Was um die Welt ging. Und zwar Korea, das schlechte Korea und das gute Korea und China, alle zusammen auf einem Bild. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht welche Disziplin das war. Was irgendwie Tennis oder so? Who fucking cares? Ja, und da ist die nordkoreanische Dame, die Gold bekommen hat. Und ein südkoreanischer Herr im Hintergrund... Nee, ich glaube, genau. China hatte Gold, sie hat Silber und er da hinten, Südkorea, hat Bronze. Und alle so, oh, das ist ja coole Einigung und so. Und dann kamen aber die Stimmen, die dann gesagt haben, naja, eigentlich wird das jetzt auch nur wieder für Propaganda verwendet, weil dann die Nordkoreaner sagen können, guck mal, wir haben Silber, wir sind besser als die Süden. Das brauchen die gar nicht. Wir haben auch ihre eigenen Olympischen Spiele faken, wie es bei der FußballwM immer die Spiele faken und sagen, sie hätten 5 zu 0 gegen China gewonnen. Die faken ja super viel, aber wenn dann wirklich mal was fucked ist, weißt du? Sparen sie Geld, ne? Das stimmt. Sparen sie Photoshop, Philipp muss da nicht ran. Das ist schon gut. Oder, was auch sein kann, ist, dass die beiden nordkoreanischen Menschen auf der Foto jetzt einfach nur für mal in Urlaub fahren, nachdem sie zurückgekehrt sind in Nordkorea. Urlaub immer nach dem harten Olympia am Ende. Na ja, in sich ist es ja schön, komm, jetzt sag doch mal. Ist es ja auch, aber ich glaube nicht, dass Kim Jong-Une es so geil findet. Es kann auch sein, dass sie sagen, ey, ihr habt euch hergegeben irgendwie da für südkoreanische Agenten euch dazu fotografieren, dass sie da jetzt irgendwie, ja. 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 Nur wenn ich Lager, Lager kommen. Äh. Mag jetzt Ausbildung zu Lageristen oder sowas. Ja, da gibt es nämlich ganz viele davon. Das ist so ein riesiges. Ja, sehr beliebt in Nordkorea. So ein Feld ganz voll davon, dass das paar Lager fällt. Ja. Hier ist noch ein anderes Foto. So. Noch ein Meme-Potenzial ist nicht entstanden. Da gibt es nämlich eine weitere Dame, ich glaube das war auch Südkorea, die Pistole den neuen Weltrekord geschlagen hat. Hm. Das ergibt keinen Sinn. Sie hat einen neuen Weltrekord aufgestellt, den alten geschlagen so rum. Und die hat halt so ein richtig krasses Setup. Ich wusste gar nicht, dass das erlaubt ist. Darum beim Fußball dann auch irgendwie so eine spezielle Enhanced Superbrille oder sowas. Was, wenn da so ein Zoom drin war? Ja, wahrscheinlich ist das ja quasi Zoom. Das wird ja irgendwie eine Art Linse irgendwie sein. Lupenlinse. Und dann ist hier so ein random türkischer Typ dagegen, der Silber gemacht hat. Der halt mit Hand in der Hosentasche so ganz leger auf den zweiten Platz kommt. Und der wird von allen gefeiert und hier ist natürlich auch iconic so. Aber alles so, ja guck mal, die kommt da hier mit ihrem Setup und der Typ macht hier ein ganz T-Shirt. Sie sieht so aus wie aus diesem Film, wie heißt es hier, wo die so Matrix. Ja, so ein bisschen. Wegen der Brille und so im schwarzen Outfit. Ja. Und er hat wie so ein Dad einfach. Richtig süß, sehr sympathisch. Ja. Neues Meme-Potenzial in Stand bei Lumpia. Schön. Ja. Also mich würde es interessieren, bei welchem Spot ist dieser Wiggle Room nach oben. Weil sie hat ja einen neuen Rekord aufgestellt. Das heißt ja theoretisch durch solche Augmentierungen, sag ich jetzt mal, ist ja viel nach oben möglich. Ja. Wäre es jetzt zum Beispiel erlaubt, beim Hochsprung Federn in die Schuhe zu machen? Weißt du? Solche Sachen. Ah, wo die Grenzen sind. Ja. Das ist eine gute Frage. Mich wundert das, dass es überhaupt erlaubt ist, da irgendwie sowas zu verwenden. Wunder mich auch ein bisschen. Oder sie ist einfach sehgeschwächt oder so. Ja, vielleicht ist sie auch einfach dumm. Aber war halt nicht stark genug für Paralympics. Hm. Ja, das ist wie mit meiner Nase. Sind sie eigentlich schlimm genug für die OP und nicht schlimm genug für diese andere Sache da. Sind die Paralympics eigentlich jetzt parallel? Deswegen heißen die ja so. Also sind die gleichzeitig? Nein, keine Ahnung. Nee, die heißen ja so, weil die alle paralysiert sind. Ach so. Okay. Das wusste ich nicht. Oder weil die alle Parakleider fliegen. Die müssen ihre ganzen Disziplinen aus dem Parakleider machen. Skaten. Hochsprung aus dem Parakleider. Skaten eigentlich olympisch? Jaja. Seit letztem Mal. Also es ist jetzt das zweite Mal. Äh, warte mal. Muss ich gerade mal überlegen. Ja, jetzt am Mittwoch ist Public Viewing. Guckst du das? Natürlich. Ist halt da in diesem, in diesem, wo du gesagt hast, ist schwierig mal gewesen. In diesem Etablissement. Ah, ja. Ähm, und da ist halt auch Rauchen, aber es fängt halt an mit leerer, mit leerem Etablissement. Mhm. Das heißt, ich müsste nicht in den Rauch reingehen, aber würde dann da nach und nach zugeraucht werden. Das kann sein, ja. Also mal gucken, vielleicht gehe ich hin. Ich habe ja noch abends noch streamen, deswegen weiß ich noch nicht so ganz. Ah, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Oder du streamst dann einfach die Meisterschaften und kommentierst drauf. Geht das nicht auch, dass du so eine Reaction machst, Live-Reaction? Ja, ich weiß nicht, ob das so... Also beim Fußball ist das ja schwierig, weil da gibt es ja ganz strenge Sendelizenzen und wenn du glaube ich Fußball live streamst, kriegst du direkt einen Strike. Ah, na gut, es kann natürlich sein, dass es gesperrt wird, stimmt. Und ich will ja nichts sagen, ja, das habe ich jetzt noch nicht so an die große Glocke gehangen, aber es könnte sein, dass in meinem letzten Stream etwas Alkohol konsumiert wurde und dass das Twitch nicht so lustig fand. Oh. Ja. Deswegen will ich jetzt vielleicht erstmal Twitch nicht so strapazieren. Ja, verstehe ich. Kann ich voll nachvollziehen. Aber was wird denn denn beim Skaten bewertet? Wenn die... Also da gibt es diese typischen, ich glaube so 3 bis 5 Judges, die dann halt so diese Zahlen, die sich dann in der Regel im Bereich von 5,0 bis 9,6, ich glaube höher, vielleicht nochmal 9,8, aber ich glaube 10,0 wird doch eh nie vergeben, aber sowas. Und da wird natürlich Einzigartigkeit, Schwierigkeitsgrad, wie sauber du es machst, aber es ist schon auch ein bisschen geschwaller und subjektiv und ist jetzt auch nicht so 100% meins, weil das ist natürlich das reines Parkskaten, was ich nicht so interessant finde. Also so künstlicher Skatepark und... Ach so. Ja, ich weiß nicht, dieses Ganze, das geht halt in diese Richtung, wie auch der Fußball sich ja entwickelt hat, dieses alle, wir haben schöne Dauerwelle und wir müssen perfekt aussehen und hier mein Sponsor und diese tolle Hose und alles muss perfekt sitzen. Das ist... Das geht halt von diesem ranzigen Straßengedanken weg und das mag ich nicht so. Und das verkauft sich ein bisschen, meinst du? Ja, ja, im Endeffekt ist es das, aber ich würde das so plump wie du nicht sagen. Ja, verstehe. Dann rede mal weiter, du akademischer Skateboard-Experte. Ja, vielleicht können wir dann nächstes Wochenende dann mehr darüber berichten, ob da auf dem Skamteboard irgendwas Sensationelles passiert ist oder nicht. Aber... Nee. Also Yuto hat wieder... Also es gab irgendwie eine Vorrunde, die habe ich schon nicht angeguckt. Es gibt halt diesen Yuto, der ist seit... Yuto meinst du? Mhm. Seit fünf Jahren dominiert er quasi fast alles so in Skaten und der hat jetzt hier wieder gewonnen. Irgendeine Vorrunde oder so einen Scheiß, keine Ahnung. Und dann gibt es noch Jin Wu, das ist halt einfach irgendwie ein 14-jähriger Junge, der einfach mit diesen absoluten Eliten mithalten kann. Mhm. Insane. Ich finde Olympia einfach so langweilig. Also sie könnten... Also wenn sie Profi-Wrestling reintun, ja, dann würde ich es mir angucken oder Gesang oder sowas. Ja. Und wie Musik. Olympisches Singen. Weißt du, was Musik in meinen Ohren ist? Wenn wir Erdogan ein bisschen bashen. Ja. Was aber jetzt schwieriger wird, weil gewisse Plattformen dann nicht mehr vorhanden sind. Ja. Instagram ohne Ankündigung einfach verboden. Und das ist sehr schade, denn Instagram hat ja immer die Premium Shit-Posts am Start. Habe ich hier auch. Und meine Skate-Videos. Da werden mir jetzt auf jeden Fall die Follower sowas von davon laufen. Ne, Erdogan hat ein kleines Kind von vier, fünf Jahren so ins Gesicht gebatscht, weil es nicht seinen Ring küssen wollte. ernsthaft. Ganz, ganz absurd. Ja, es gibt hier so einen kleinen... Also es ist nicht super brutal, aber ich meine, es ist ein vierjähriger Junge. Da musst du nicht hart zulangen, dass der das merkt. So. Gucken wir hier mal live rein. Wir sehen eine Art, weiß nicht, Konferenz oder so. Ich glaube, es ist ja schon passiert. Auf der Bühne sind. Ja. Und? Bup! Küsst meinen Ring, du Bastard! Er schüttelt die Hand, küsst. Zack. Und dann nochmal der Stirn davor. Ja, okay. Das war echt nur so ein Patsch, aber trotzdem nicht uncool. Ja, ey. Was muss in dir vorgehen, dass das für dich so eine hohe Priorität hat? Mhm. Also, ich wollte gerade sagen, bei einem Kind, aber selbst bei einem Erwachsenen, da macht das das ja noch absurderer. Es gibt, glaube ich, vielen so, die irgendwelche Mächte haben und so wichtige Posten. Auch hier der King Charles und so gibt es auch so Szenen, wo er wegen Kleinigkeiten irgendwie so ausrastet. Wenn du halt nur so Leute um dich rum hast, die dir einen Arsch abwischen, weißt du? Das wäre dann aber King Charles. Das wäre dann aber kein King-Shaming. Mhm. Dann wirst du, glaube ich, so gepampert, dass du bei den kleinsten Sachen erwartest, dass alle das irgendwie mitkriegen und dass die alle dir in den Fuß küssen und dann wirst du halt schnell mal aggressiv, wenn die es nicht tun. Bei Promis auch teilweise so, bei welchen großen Hollywood-Stars. Fußküssen habe ich mit Marlene gestern ein schönes gesehen. Das ist privat. Das ist privat. Das musst du ja nicht teilen. Wir haben Talk To Me geschaut. Was ist das? Ein Film. Ach so. Kein portografischer. Da talken die über ihren Fußfetisch. So ähnlich. Ich will ja jetzt hier nicht spoilern. Ah ja. Ich habe dem Film 3 von 5 Sternen gegeben. Bist du noch Luft nach oben? Ja. Also es ist, also für mich ist die Schwelle von 3 ist ein solider, guter Film. 3,5 ist ein Film, bei dem ich sage, den gucke ich bestimmt irgendwann nochmal. Ab 4 ist schon so, den gucke ich bestimmt irgendwann nochmal oder würde ich, ne? So und alles darüber brauchen wir nicht überreden. Dass die über jeden Zweifel haben, ist Banger dann. Anyways. Jedenfalls, Erdogan hat wohl Instagram gesperrt. Und man vermutet, zumindest schreibt das Zeit Online, weil der Plattform Instagram Zensur vorgeworfen worden ist. Der Beitrag über den Märtyrer-Tod von Hamas-Anführer Hanija wurden wohl gesperrt. Ja, da hast du jetzt auf jeden Fall schon wieder das nächste Thema vorweg genommen. Ja. Der wurde ja irgendwie kaputt gemacht. Ausgemerzt quasi, genau. Da kannst du jetzt irgendwie noch mehr zu sagen. Ich nehme mich nicht. Ich nicht so richtig. Nur dass er halt durch den Angriff umgebracht worden ist. Ich kann gerade nicht genau sagen, von welcher Seite das kam. Hamas, dann bald mal. Hamas, Hamas. Pyongyang. Ich war im Subreddit Pyongyang mal kurz drin. Das war ganz witzig. Ja. Die sind da so richtig, die glauben, was wollte ich jetzt eigentlich nachgucken? Der Hamas-Führer hier. Ne, aber da wollte ich ja gerade nicht. Hanija, wir gucken mal. Hanija, wir müssen mal gucken. Was ist denn passiert? Du bist doch da an der Quelle. Haben wir da irgendwie reingeschleust? Ne, also man ist sich wohl auch unsicher, ob er erschossen wurde. Also die USA sagen glaube ich... Treppe runtergefallen. Die USA sagen glaube ich, wird zerbombt. Ein Kurzstreckengeschoss steht hier überall. Naja, was ist denn die Definition? Ist nicht auch... Also wenn ich mit dem Schnipse Gummi, ist das nicht auch ein Kurzstreckengeschoss? Das kann ja alles sein. Hier steht, hat Israel Agenten für den Anschlag auf Hamas-Führer Hanija beauftragt? Fragezeichen. Also offenbar kann wohl Israel dahinter stecken. Aber es wurde wohl durchgeführt vom Iran. Also sehr kompliziert, sehr komplex. Irgendjemand anderes ist auch noch kaputt gegangen. Noch mehr? That's two big names of Iranian proxies dead in 24 hours. Israel is ramping up. Ja, das kippt grad so ein bisschen, ne? Die Solidarität für Israel ist grad so ein bisschen wieder am schwanken von der Mainstream-Meinung. Weil sie doch viele Sachen machen, die nicht in Ordnung sind. Die ich aber hier nicht erwähnen will, weil ich will halt nicht wieder über irgendwelche Fettnäpfchen treten. Sag mal, trau dich doch mal. Ich trau mich nicht mehr. Mach ich nicht. Sprech doch mal irgendwelchen Staaten die Existenz ab. Ne, das ist ja sowieso nicht. Also oft existieren. Bayern nicht, finde ich. Ich spreche dem bayerischen Staat die Existenz ab. Ja, den gibt's ja auch einfach nicht. Ne, eigentlich nicht. Da gibt's ja eh so... Und wie ist das? Franken! Oh, wie sind Franken? Die sind gegen Bayern! Ist das nicht so ein Ding? Ich hab keine Ahnung. Ne, hat die schon die Meinung. Die wissen doch selber nicht, was sie wollen. Lieber zum nächsten Thema. Ich will nicht über das Thema sprechen. Ja, was ist denn Venezuela los? Das hab ich auch so am Rand. Das ist ja auch schon wieder Bürgerkrieg oder so ein Scheiß. Das sind noch diese Trompeten. Da ist Bürgerkrieg, wenn du die hier loslässt. Ja, mit Recht. Shakira is over. Oh. Gibt's nicht mehr. War irgendwas Venezuela? Ja, das war mal. Jetzt ist er nicht mehr. Brachland. Mit dem Fahrrad noch weh. Venezuela. Weißt du, ich schreib mir immer manchmal so Sachen auf und da hoffe ich einfach... Ja, Tino wird schon Bescheid wissen. Ne, ich fahr raus die Woche. Ich bin nicht... So. Straße kann sich schnell in ein Schlachtfeld verwandeln. NTV schreibt das. Genau. USA erkennen Oppositionellen als Wahlsieger in Venezuela. Ah ja, genau. Stimmt, das war das ja. Genau. Es gab eine Wahl. Ja. Weil da wurde beschossen... War das nicht... Beschossen? Beschissen wollte ich sagen. Vielleicht wurde auch schon beschossen mittlerweile. Ich mein, hier sind Flammen auf dem Bild. Ähm. War das nicht immer noch? Ja, Maduro. Guck mal. Genau. Das ist doch... Den kennen wir doch noch von früher. Putschversuch der USA, schreibt hier online. Genau. Maduro hatte eigentlich weniger Prozent, aber wollte halt nicht zur Seite steppen. Das gibt's auch, genau. Ich wünschte, ich hätte mich damit beschäftigt, weil das ist ja eigentlich das Trump-Playbook, was da gerade... Aber es heißt ja, dass die Wahlen funktionieren dort, dass die Ergebnisse wohl stimmen, aber dass der aktuelle Staatschef den nicht akzeptiert. Mhm. So ungefähr. Ja. Dann macht der sein eigenes Ergebnis. Dann kann er dann sagen, macht mal 98 Prozent. Aber macht der offenbar nicht der Buhwuzoela. Buhwuziala. Ja, auf jeden Fall laufen hier dann so Leute rum und halten Fahnen hoch. Und die sehen wütend aus. Und die schreien, ja. Wir wollen ja euch immer die News in gewohnter Qualität präsentieren. Dann ist hier so ein Mann, der steht auf so einem kreisrunden Ding. Das sieht aus wie ein Gesicht von einem Menschen. Okay. Es gibt doch gerade richtig Chaos nach der Wahl. Nach der Wahl nie. Also hier ist ein ganz wichtiger Protest. Das heißt Los Apellidilos de Barrio no toqueremos. Also lass mal offen. Ich kann das übersetzen mit meinem Pixel. Pass auf. Hier wird doch auf jeden Fall hart an der Quelle gearbeitet. News aus zweiter Hand. Wird er fotografieren. Aus der Nachbarschaftsspalidos wir wollen. Ja, das ist nicht immer so gut. Doch. Das ist schwierig. Also, wenn ihr auch für Spalidos seid, dann geht schnell nach Venezuela mit eurer Wuhuzela und demonstriert. Ich hoffe, es gibt keine Toten. Aber ich hoffe, es gibt wieder so zerrissene Polizei-Autos. Das ist ja meine neue kleine Nische, die ich gefunden habe. Ich habe letzte Woche zwei Videos gesehen. in Bangladesch und in Leeds in UK zwei Videos gesehen, wo einfach Polizeiautos komplett auseinandergenommen werden. Das ist mein Ding. Das Problem war halt, in Bangladesch saß noch ein Polizist drin, während das passiert ist. Aber liegt ja noch. Alles gut. Und ich muss korrigieren. Die Opposition moniert Wahlfälschung. Da wurden wohl die Stimmen vom Amtsinhaber wohl nach oben getrieben. Eventuell. Das war noch nicht ganz klar. Klassiker. So, aber lass uns doch mal über die Sachen reden, die wirklich das Internet in Wallung versetzt, Tino. Mauki hat endlich ihr Stuntment gemacht. Wer ist das denn? Na, die hat doch alles ins Rollen gebracht. Die Original G. Ach, die wieder. Die Original 2,50 Euro. Okay. Wurden bei ihr rein donatet. Und dann ist bei ihr der Damm gebrochen. Die hatte dann leider in dem Moment eine Geburt und es war ein sehr großes Kind, da gab es leider einen Dammbruch. Nein, ihr Tränendamm ist gebrochen. Achso. Und dann hat sie angefangen über Anni the Duck zu reden. Genau. Dann hat sie gesagt, hier bla bla bla. Und dann hat Anni ihr Statement gemacht. Dann hat sie gesagt, das ist aber ganz viel Quatsch, was die erzählt. Und jetzt hat die einfach wieder so ein 1 Stunden Epos rausgekackelt. Schon wieder? Nicht Anni, sondern Mauki. Ah, okay. Das war jetzt das angekündigte Video. Und da hat sie immer wieder so Ausschnitte von Anni gezeigt, wie die in ihrem Stream redet. Und das hat mich so aggressiv gemacht. Also das war unglaublich. Die redet halt die ganze Zeit so. Und du merkst halt sofort, wie das so berechnend ist. Ja. Und dann hat sie noch diesen hier so, wenn man die Lippen so spitz macht. Und dann redet die besonders sanft. Oh, und da kreuseln sich wieder die Fußnägel nach oben. Weil du halt wirklich auch weißt, ich kenne vielleicht auch in meinem Privatleben eine Person, die da so ein bisschen so ist. Ja. Aber was sagt sie denn? Ohne Hate gegen diese Person. Aber ich kenne halt dieses, ja Dino, da müssen wir uns jetzt aber mal beruhigen. Wenn du jetzt hier schon wieder über die AfD reden willst, darfst du jetzt übrigens noch ein Problem. Das heißt schon, ne? Ich finde das jetzt gerade auch nicht in Ordnung, muss ich sagen. Ja, das ist... Oh, ja, okay. Aber was sagt sie denn inhaltlich, Robin? Also das härteste... Wo sie jetzt hier misogyn abstempelst, wie sie spricht. Ne, also da kam viel raus, was man halt erwartet, ne? Die hat das alles nochmal gerade gesetzt mit den Katzen und so, was da alles war. Das krass entzündete Po-Loch und so. Ja, ja. Das war nicht bei der Schwester, sondern das war schon ihre Wohnung, bla bla bla. Die größte und härteste Neuankündigung. Neuankündigung. Ich tropp mein Album. Nein, also das neueste, was sie gesagt hatte, was völlig out of nowhere kam, ist, dass Anni gesagt hat, dass Mauki drei Jungs vergewaltigt hätte. Mhm. Mhm. Und die wussten davon aber auch nichts. Und die haben das auch nie gesagt, dass das so war. Mhm. Und dieses Gerücht ging halt um. Und so sehr, dass quasi auch Marketingfirmen sich von dieser Mauki distanziert haben, weil bei denen ankam, das ist eine Vergewaltigerin. Und das ist ja schon also völlig mental. Ja. Also Mauki soll... Mowki. Achso. Ne, M-O-W-A. Also das ist schon... Ich weiß gar nicht genau, was sie sagt. Sie adressiert das auch. Ja, warum habe ich sie nicht angezeigt und so. Also sie so als Mauki soll Männer vergewaltigt haben oder Jungs vergewaltigt haben. Und die wussten davon aber nichts. Ja. Und die haben das auch nie gesagt. Das hat Anni the Duck einfach in die Welt gesetzt. Aber wie macht man das? Also gibt's dann... Naja, also du nimmst jemanden, fesselst den so... Nee. Wie macht man das? Die halt Gerüchte vertreten. Ohne, dass sie es merken, meine ich. Also die haben das ja dann irgendwann wahrscheinlich gemerkt. Das war ja dann raus, aber... Ah, okay. Sie hat halt... Also Anni hat vor ganz vielen Leuten gesagt, ja, also die Mauki, schwierig und so. Und das ist irgendwie... Also das ist halt auch so absurd, dass ich nicht glaube, dass die sich sowas ausdenkt. Weißt du? Weil es ja auch eine harte Anschuldigung ist so. Also, dass Mauki sich ausdenkt, dass die andere sich das ausgedacht hat. Weißt du? Ja. Egal. Das ist kompliziert, aber ich verstehe jetzt glaube ich. Ja, ja. Ich weiß auch noch nicht, wie die Jungs vergewaltigt worden sind und dass sie es gemerkt haben. Also... Die Wege des Herrn sind unergründlich. Oder halt der Frau in dem Fall. Ja. Frau Mauki. Ja und in dieser ganzen Geschichte sind ja einige YouTuber jetzt abgestürzt und haben sich zurückgezogen. neben Anni, da gab es dann noch Unge. Mhm. Der hat einen riesen Flashback bekommen. Ja. Und da gab es noch hier, ähm... TJ... Nicht TJ. Wie heißt er? TJ Deadwiler. Nee, nee. Taddel. Genau. Der war, sorry. Der hat sich aber selbst zurückgenommen quasi. Also es gab einen riesen Rattenschwanz von YouTubern, die sich zurückgezogen haben. Und man darf gespannt sein, wie es weitergeht. Ja, geil. Ich habe natürlich jetzt hier mir so einen komischen TikTok-Link hier reingepostet, dass das irgendwas Relevantes sein könnte. Aber ich kann hier natürlich jetzt nicht angucken. Willst du mir schickst? Ich habe TikTok runtergeladen im Zug letztens. Tino, was ist denn bei dir los? Aber, ja, ich plane da gerade was. Aber ich schick's mal. Du planst da was, ja? Ja. Bist du jetzt hier so ein Treuer von Ski, ja? Ich plane abhängig zu werden davon. Okay. Das war grundsätzlich ein guter Plan. Mein neues Projekt. Ich mach's mal auf hier. Mach mal auf, was das war. Ich hoffe, das ist jetzt nichts ganz komisch. Was war denn das? Ah. Ist es das? Hä? Hier sehen wir ein Video von Karen the Garage. Ah, okay. Ja, okay. Ich weiß wieder was. Das war auch nochmal ein olympisches Thema. Und zwar wurde der so gehypt, weil der sieht irgendwie aus wie so ein krasser Nerd. Und dann hat er die Brille abgenommen und dann haben alle so, oh, der ist so geil. Und jetzt verstehe ich, warum Clark Kent sich mit der Brille verstecken kann. Ach, wie in Hollywood immer diese hässlichen Endline. Ja, genau. Weil die so Brillen aufhauen, wo die übelst heiß sind. Ja. Und dann setzen die Brille auf und alle sehen, dass sie heiß ist. Ja. So, ich hab das Video noch gar nicht gesehen. Ich hatte das halt da reingeschickt, weil ich wusste, dass es relevant sein könnte. Das ist mit ohne Brille sehr hübsch. Er hat halt nur die Brille abgenommen. Und alle so, oh, guck mal diesen verkackten Nerd da an, wie er da traurig in der Ecke sitzt. Und auf einmal legt er los und macht hier seinen Breakdance auf seinen Bock oder was. Ui, der ist so krass. Aber ist das auch irgendwie ein Name von dem? Nee, ne? Irgendwas. Irgendwas. Clark Kent. Auf jeden Fall, ich finde ihn auch hübsch. Ja, aber es war halt eher so dieses Ding, weil Clark Kent ist ja Superman. Ja. Und das seit Jahrzehnten, das Meme, wie kann man den im echten Leben nicht erkennen, der setzt sich ja wirklich nur eine Brille auf. Ja. Und hier so, oh, ich versteh's endlich. Oh, das ist so ein hässliches Entlein. Und plötzlich, wuh. Aber den Effekt kenne ich von mir aber auch, wenn ich eine Brille trage, kenne ich manchmal Menschen nicht ohne Brille. Du bist so hässlich mit Brille. Ja, ja. Wie andersrum. Menschen zeigen, wie mit Brille besser aussehen. Es macht ja was aus, aber trotzdem nicht jetzt. Also, ich fand es eher so interessant als so ein sinnloses Hype-Thema. Ich glaube, es ist halt, weil die Olympischen Spiele so langweilig sind, weil es im Fußball passiert wenigstens was. Ja. Und hier müssen sie halt richtig tief graben, um irgendwas zu finden. Diesen Mann, diesen Mann, diesen Mann. Und der ist Jesus. Ja. Stimmt. Gut. Haben wir doch nochmal. Langweilig, sag ich dir. Langweilig. Was weniger langweilig ist, das werden die US-Wahlen sein. Ach, jetzt kommst du da. Oh, wir müssen einsteigen. Tino, also jetzt kommst du doch da. Du weißt, ich bin USA-Fan. Du bist ja die Instanz, die es nicht lockerlassen kann. Ja. Ja, dann müssen wir reden. Also, Tino, pass auf. Ich habe mir mal im Internet so ein paar Umfragen angeguckt. Und da stand drin, du bist so ein kleines bisschen ein Ding-Dong. Ich? Ja. Ja, erzähl mal. Ja. Ich habe diese Woche ein Interview gesehen zwischen einem republikanischen Senator und einem republikanisch zugeneigten News Anchor, die sich gestritten haben darum, wie man Kamala Harris, die du hier gerade schon wieder ausgepackt hast. Ja. Hoffentlich nicht wortwörtlich, weil die hatten sie ja gerade mit Vergewaltigung, bitte um Konzentfragen. Ja. Und zwar haben die sich gestritten, ist das jetzt okay, sie zu name callen, also so ja, wie Crooked Hillary, so einfach so plumpe Beleidigungen oder sollte man nicht lieber an die Substanz geben? Ja. Gute Frage. Ja. Sehr gute Frage. Das ist eine wichtige Frage. Die waren beide im politisch gleichen Lager, aber der eine hat nur gesagt, meinst du wirklich, ist das so clever, die jetzt hier so plump zu beleidigen oder sollte man nicht konkreter werden? Und der andere hat das aber falsch aufgefasst, so von wegen, hä, bist du jetzt irgendwie der Fanboy oder so? Du Vollidiot. Und dazu kam noch, dass der all so ein übelst crazy Traxist Typ ist, ja, dass John Johnson was was ist, wie du heißt, und der sagt dann, der sagt dann irgendwie dreimal hintereinander, dass die Umfragen und solche Umfragen bestehen halt. Es gibt keine Umfrage, wo heißt, ist Kamala Harris ein Ding Dong? Ja. Aber er sagt halt jedes Mal, ja, the culture, she's a little bit of a Ding Dong. Das heißt ein Ding Dong in dem Kontext? Ja. Hat sie jetzt auch ein Ding Dong? Nee. Ist das auch ein Mann eigentlich? Nee, halt so ein bisschen so ein Blödi, ja. A little bit of a Ding Dong. Und es könnte eins zu eins aus South Park sein. Es ist so absurd, Alter. Die Realität überhaupt in Amerika, finde ich, war für South Park geschrieben worden. Aber, also ich guck mal kurz, wie er hieß, John irgendwas, Ding Dong, findet man bestimmt mittlerweile. John Ding Dong. John Ding Dong, Alter. John. John Hartwood. Ding Dong. Wups, da hab ich mir wohl schrieen. Hast du eine Null reingemacht? Also ich finde es wirklich super lustig und kann ich nur jedem empfehlen. Senator John Kennedy war's. Aber spannend, dass die jetzt auch reflektieren untereinander und sagen, ey, sind Beleidigungen echt so der way to go oder sollten wir nicht mal in die Substanz gehen? Vielleicht wachen sie ja auf langsam. Ja, die haben halt nicht, also die haben ja angefangen Kamala Harris als Laughing Kamala zu beleidigen. Also Ha-Ha, die lacht. Ja, stimmt. Die lacht. Die ist überhaupt nicht seriös genug, um Präsidentin zu werden. Die haben einen Straftäter so und einen Vergewaltiger und was weiß ich nicht alles und Lügner. Und sie lacht halt und ist deswegen nicht geeignet. Und es hat auch die Züricher Zeitung gepostet irgendwie, das falsche Lachen von Kamala Harris und so. Und seriös. Und vorher haben sie Bilder, haben sie einen Artikel über Meloni aus Italien gepostet. Die ist die italienische Präsidentin und die ist Faschistin. Und da haben sie gesagt, oh, ihre Gesichter sind so lustig, wie sie Kremassen schneiden kann und so. Voll die tolle menschliche Person. Bei Kamala Harris ist es halt irgendwie unseriös, weil sie halt lacht. Ja. Aber das ist ja nicht, was du eigentlich sagen wolltest, oder? Was ist denn da los? Ne, sie ist jetzt offizielle Kandidatin für die Demokratis. Ja, das kommt natürlich sehr überraschend für uns alle. Es gab wohl ein Online-Voting, also es gab wohl irgendwie eine virtuelle Nominierung der demokratischen Partei und da ist sie jetzt offiziell gewählt worden und sogar Trump hat jetzt sich darauf eingelassen, ein Duell zu machen mit ihr. Ja, das ist aber auch, da muss ich sagen, da ist Trump ein kleines bisschen ein Ding-Dong. Ja. Eher ein Flip-Flop, weil der macht da so hin und her. Ja, denn er hat gesagt, naja, ich habe hier auch zugegeben, ich habe hier gesagt, dass ich bei Fox News eine Debatte machen will, aber die sind natürlich hart biased prorepublikanisch und da ist dann halt irgendeine Crowd, die dann bei allem jubelt, was Trump sagt und boot, was Kamala sagt und das ist halt dumm so. Mhm. Ähm, und Kamala hat wiederum gesagt, äh, auf neutralem Grund und yo, und lass doch, wenn du mit, bei ABC, also auch so ein Sender, ist eigentlich auch so ein Termin. Mhm. Und wenn du da nicht mitmachst, rede ich halt mit einem leeren Podest oder Podium. Und das finde ich sehr witzig. Am besten so eine Pappfigur aufstellen. Das ist cool. Ja, das ist gut. Das wäre echt witzig. Aber einfach nur eine Orange mit so blonden Haaren drauf. Ja, doch. Gleicher Effekt eigentlich. Ja. Nur weniger nervig. Ja, du hast ja jetzt noch die White Dudes for Harris. Ich muss immer ein Thema aufmachen und liest es für mich ab. Das finde ich perfekt. Mhm. Nämlich gab es wohl eine Gruppe, die nannte sich White Dudes for Harris. Mhm. Also weiße Typen für Harris. Und die haben Millionen von Dollar an Spenden gesammelt. Ähm, und das ist eine Initiative von, kenn ich nicht, Mark Hamill, Jeff Bridges und Mark Ruffalo. Ich kenn die nicht. Du hast dich grad so geoutet als ganz schlechter Mensch. Wieso? Ich kenn die nicht. Kennst du die alle? Wer ist ein Mark Hamill? Hamilton kenn ich. Äh, das ist doch, ähm, der Schauspieler. Welcher? Äh, hier Luke. Jaaa, Luke Skywalker! Ach, da gibt's noch. Und der Joker aus den Joker Comics und aus dem Joker, äh, aus dem Batman Spiel. Ja. Aber die kenn ich aber alle nicht. Jeff Bridges. Jeff Bridges, wer ist Jeff Bridges? Jeff Bezos kenn ich nur. Ja, Jeff Bridges kenn ich auch nicht. Der Dude. Und? Ach so, ja. Okay, keine Ahnung. Der kleine Lebowski. Und? Mark Ruffalo. Äh, Hulk. Das ist der Hulk. Das weiß ich. Der Hulk, Tino. Das ist der Hulk. Da sind nur wichtige Fakten drin. Guck da mal die Schauspielerriege. Die kenn ich alle nicht. Aber nicht Hulk Hogan. Aber so richtig White Dudes wirkt Mark Ruffalo für mich nicht. Aber vielleicht bin ich ja grad schon wieder rassistisch. Der hat irgendwie so ein bisschen Würze drin. War es nicht der einzige in der Woche, der verwirrt war von Hautfarben. Da fangen wir gerne später dazu. Nämlich wollten die Kamala Harris unterstützen und hat noch einen Twitter Account und haben wohl Elon Musk damit sehr verärgert, dass sie nicht seiner Meinung sind und nicht Trump supporten. Und da wurde wohl ihr Account gesperrt. Nämlich for violating our rules against evading suspension. Evading suspension. Ja, weil die sich glaube ich einen neuen Account gemacht haben. Also das ist das offizielle Ding, wenn du suspended bist, musst du halt eine Zeit warten. Wenn du dir stattdessen einen neuen Account machst, evadest du diese Suspension. Ja. Anyways, die sind mittlerweile wieder freigeschaltet. Es gab einen Backlash und der hat wieder rumgeheult gemacht. Ja. Aber das wurde alles überschartet von einem anderen großen Event. Denn Trump war bei einem, das habe ich dir ja auch geschickt, das Best of. Beim Event von schwarzen JournalistInnen. Genau. Ich weiß nicht genau wie es heißt. N-A-B-A oder irgendwie sowas. Das gibt es seit über 10 Jahren. Einmal im Jahr, dass ganz viele schwarze Journalisten zusammenkommen. Und dann ist es eigentlich auch ganggebe, dass entweder Präsidentschaftsanwerber oder Präsidenten sich da hinsetzen und Fragen beantworten. Ja. So. Das hat sich leicht verzögert. Kam dann später raus, warum. Und er kam schon ein bisschen geladen auf die Bühne. Ihr müsst euch das vorstellen. Da sind halt nur schwarze Leute im Publikum. Und das erste, was er sagt, also die, die, es gab dann drei Journalisten, die Fragen stellen konnten. Eine davon war auch von Fox News, also ganz klar pro Trump orientiert. Eine andere, ganz links, hat aber die erste Frage gestellt und hat gesagt, ja, also du hast in der Zukunft, in der Vergangenheit ganz viele Sachen gesagt, die jetzt ein bisschen merkwürdig sind. Irgendwie schwarze Leute als irgendwie wild oder sowas bezeichnen. Irgendwie sowas in ihre Richtung. Warum sollten schwarze Voter dir in Zukunft das Vertrauen schenken? Ja, sie hat so, äh, so Fehrschritte von Schwaben zu lassen. Genau. Eigentlich. Klar schon irgendwie, nicht jetzt pro Trump, aber eigentlich völlig valide Frage. Ja. Und er so direkt, ja, das geht ja hier gar nicht. Das ist ja absolut, das ist ja frech. Du sagst nicht mal Hallo, was sie gesagt hat. Ähm, und fragst nicht, wie es mir geht, sondern kommst hier gleich mit so einer nasty question. Mhm. Also direkt die erste Frage schon absolutes Debakel. Die zweite Frage hat dann direkt dafür gesorgt, dass er, ähm, wo es gleich dazu geht, was du gesagt hast, dass er gesagt hat, die Kamala Harris, also die war ihr ganzes Leben lang immer indisch und jetzt ist die auf einmal schwarz. Ja? Genau, ja. Und er hat halt eine indische Mutter und einen schwarzen jamaikanischen Vater. Und, ähm, ja, das ist halt auch eine Aussage vor einer Halle von Schwarzen. Ja, und dann hat die sich eines Tages entschieden, schwarz zu sein. Was fällt da ein? Da gab es auch großes Gelächter im Publikum, ja. Also diese auch irgendwie zwei... Klingt falsch, wie sagt man das? Zweirassigkeit, wollte ich jetzt sagen. Ich glaube nicht, dass das das richtige Wort ist. Bei racial sagt man ja im Englischen schon, aber im Deutschen gibt es ja bestimmt ein besseres Wort. Ja. Nö, sie ist halt, ähm... Mixed. Anyways. Es war ein absolutes Debate. Es war halt alles innerhalb der ersten fünf Minuten. Und jetzt hinterher kam halt raus, warum es verspätet war, weil er sich beschwert hat, dass das live gefaktcheckt wird. Also es gab... Wenn du dich dafür wirst aufregen. Ja, ja, es gab technische Probleme von denen aus, aber er hat halt auch im Hintergrund gesagt, ey, ich geh da nicht raus, wenn ihr jetzt hier factcheckt und darauf hinweist, dass das passiert. Gab da halt so ein Hashtag, wo dann live alles getweetet wurde, was falsch gesagt wird oder so. Und du musstest dir das mal vorstellen, dass der da im Backstage die Leute anblickt und sagt, ich will hier nicht eure Bedingungen. Und dann geht er raus auf die Bühne und sagt, ja hier, ihr kriegt ja gar nichts hin. Ja, hier ist eine Verzögerung, weil hier das alles nicht funktioniert. Dann kriegt hier so eine nasty question und so. Und ich kann auch die Fragen richtig verstehen, der Ton und so. Das Wichtigste habe ich verstanden und so. Ja. Also es war eine absolute Shitshow. Aber es gibt auch einige Leute, die das so einordnen, dass sie sagen, das ist schon trotzdem seine Absicht, weil eigentlich will er gar nicht diese schwarze Base so für sich gewinnen, sondern eher die anderen, die sich darüber freuen, ja, über so leichten Rassismus, die wieder so ein bisschen mehr anheizen. Ja. So. Kann auch sein, dass das Kalkül von ihm gewesen ist, ne, keine Frage. Aber trotzdem braucht er ja auch die Schwarzen aus seiner Seite. Ein paar? Bestimmt. Das sind ja auch schon viele in den USA. Mhm. Und wenn die nicht gewinnen, dann wird es schwierig, gerade wenn Kamala Harris jetzt irgendwie als schwarze Frau antritt, die wird auf jeden Fall mehrere Frauen, würde ich sagen, ohne auch Schwarze zur Wahl ohne bewegen. Bei Obama auch schon so. Und eigentlich müsste Trump da jetzt richtig aufholen. Oder hat erkannt, dass er ja keine Chancen hat in der Black Community und deswegen jetzt sagt, lieber die rassistischen Leute abholen, als irgendwie zu versuchen, einen Kampf zu gewinnen, den er nicht gewinnen kann. Ja. Gut möglich. So, Tino. Und dadurch, dass du jetzt hier so nackt gemacht hast mit deinem Schauspielerwissen, du hast ja bestimmt auch die Comic-Con oder was ist das, die Marvel-Con, wie heißt die Scheiße, die die Woche war, hast du bestimmt verfolgt. Anime-Con irgendwo bestimmt, keine Ahnung. Also, das Marvel Cinematic Universe hat ja einen Neuzugang. Da gibt's ja jetzt den Herrn Doktor Doom. Kennst du den? Nein, noch nicht. Der wird ja jetzt... Nee, noch nicht, Tino. Der wird ja jetzt von jemandem gespielt. Morgan Freeman. Morgan Freeman. Ja. Exakt. Das Problem ist, dass Morgan Freeman schon mal eine Figur verkürzt hat. Ah, das war Spaß, aber witzig. Ja, hast wirklich recht. Natürlich nicht. Kann ja sein. Ich glaube, Morgan Freeman kam in dem ganzen MCU noch nie vor, oder? Nee, guck nicht. Eher nicht. Da ist Samuel L. Jackson. Ja, ganz vorne als... Ach so. Der fühlt dann schon dir einen Code. Der Token Black Guy, Alter. Ei, ei, ei. Nee. Robert Downey Jr. Als Iron Man. Hast du bestimmt schon mal gehört von... Ja, das weiß ich. Der Mann in dem Stahlanzug. Das kenn ich. Mhm. Ähm. Das ist jetzt vielleicht ein Spoiler für manche Leute da draußen, aber der ist bei Endgame gestorben. Entschuldigung. Ja. Das ist schon ein Massive Spoiler. Und jetzt ist schon ein Massive Spoiler, aber komm, der Film ist jetzt auch wieder alt. Und ähm, der kommt jetzt zurück als eine andere Figur. Und da... Oh, das Internet hat gebrannt. Ich sagte, die Meinungen sind gespalten. Weil er zwei Rollen spielt. Genau. Zwei verschiedene Rollen sozusagen. Und der ist ein absoluter Fan-Favorite. Der hat halt eigentlich so diese Phase von dem ersten Avengers oder von eigentlich 2008 hat es ja so ein bisschen angefangen mit dem ersten Iron Man bis zu Avengers Endgame. Mhm. Und seitdem ist dieses ganze MCU so ein bisschen scheiße. Ja. Alle so, hm. Nicht mehr so das Wahre. Und der ist halt gestorben. Und danach so plätschert es nur noch dahin. Außer Guardians. Geiler Film. Vielleicht Deadpool. Geiler Film. Ja. Aber seitdem bröckelts. Mhm. Und jetzt holen sie diesen Typen zurück. Ja. Aber als andere Rolle. Und das ist ein bisschen sehr strange. Muss ich sagen, aus der Sicht einer Person, die versucht hat, im Schauspiel-Business sich zu etablieren, muss ich sagen, ich finde... Du nimmst alles, was geht. Nee, ich finde es, wenn man es mal betrachtet als, es ist halt ein fucking Schauspiel, es ist halt einfach fiktiv und da werden Rollen von Menschen gespielt, finde ich den Aspekt von Doppelbesetzungen überhaupt nicht schlimm. Das hast du halt im Theater ständig, dass Leute auch auf der Bühne... Und da sagst du nicht, gib doch jetzt mal einer Frau die Chance. Das ist halt ein anderes Thema, aber ich meine jetzt, wenn du halt irgendwie... Du hast öfter, dass eine Person drei Rollen auch mal im Theater spielt und dann musst du dir einfach reindenken und musst halt feststellen, okay, es ist halt gerade ein fucking Film und keine Illusion von der Realität. Aber du musst halt wirklich sehen, dass er ja das absolute Zugpferd für viele war. Aber wenn er ein guter Schauspieler ist, kann er ja wohl auch die Rolle so anlegen, dass man es nicht merkt auf den ersten Blick, dass es eine selbe Person ist. Also ich würde behaupten, der Typ war nie der allerbeste Schauspieler. Er hat immer ein kleines bisschen sich selbst gespielt und das war halt für viele charmant. Wenn es so ein Til-Schweiger-Typ ist, dann wird es mich auch eher schlimm, wenn er jetzt irgendwie dreimal vorkommt im selben Universum. So schlimm jetzt auch nicht. Til-Schweiger datet in Zukunft sich selber, Alter. Kann ja sein. Bei Fünf-Ohr-Kannickel oder so. Kann ja sein. Das wäre richtig gut. Doppelbesetzung. Er spielt auch seine Freundin. Aber da kann nicht... Da habe ich eine Funny-Story, die auch ein bisschen angeberisch ist. Aber ich habe mal im Theaterstück gespielt, wo ich zwei Rollen gespielt habe. Das war Homo Empathicus. Wird keinem was sagen, aber ich habe halt die Rolle des Claude und von Adam gespielt, die völlig verschieden sind eigentlich. Werde auch von verschiedenen Leuten eigentlich gespielt im Theater. Und wenn wir unterbesetzt waren, habe ich beide Rollen gespielt. Und die sind so konträr. Und ich bin quasi im Stück rausgegangen, habe mich umgezogen, habe als Adam wieder rein. Und nach den Vorstellungen gab es manchmal für die Schulklassen noch ein Nachgespräch. Und da bin ich halt umgezogen und dann wieder raus. Dann haben die gesagt, der Claude war ein richtig guter Schauspieler, aber der Adam war richtig scheiße. Ne, ne. So ähnlich. Und zwar habe ich dann über die Rolle des Claude quasi gesprochen, weil da eine Frage kam. Und dann meinte der Lehrer, erscheint, dass auch der Adam-Schauspieler nicht mehr da ist. Weil der war auch richtig gut. Und dann sagt dann die Regisseurin so, oder die Dramaturgin so, das ist auch Tino, hat zwei Rollen gespielt. Echt. Es gab drei Mal, wo die ausgerastet sind von den Schulklassen. Von den Lehrern. Was? Krass. Nein. Du sahst ganz anders aus. Du hast so anders gespielt. Da habe ich mir so auf die Schule getippt und gesagt, so muss es sein. Vor diesen Leuten aber. Und dann muss ich sagen, wenn das hier, wie heißt der Schauspieler? Robert. De Niro. De Niro. Wenn der das nicht schafft, das so diesen Effektor erzeugt. Robert Down-Syndrom. Dann ist es, Downey Junior, genau. Dann ist er einfach ein furchtbarer Schauspieler. Robert Downey Abby. Das müssen sie mich fragen. Ich mache das gerne. Es gibt ja, es gibt noch die Möglichkeit, dass sie das so deichseln, dass er quasi in einem, die haben ja eh dieses Multiverse Ding, dass er quasi als Iron Man irgendwie nochmal eine Rolle spielt und dann quasi in diese Doctor Doom Rolle, Doctor Doodle abdriftet. Ja. Weißt du, dass er eigentlich schon die gleiche Person ist, dann ergibt es irgendwo mehr Sinn. Aber es ist trotzdem irgendwie gut. Soll ich mich fragen. Ich will euch alle rollen gleichzeitig. Ja. Das wird keiner merken. Nennst du eigentlich deine Hoden seitdem, Claude und Adam? Noch nicht, aber ab jetzt schon, ja. Ja. Ich muss dann mal aufs Claude. Aber das ist nicht mein Handy. Ich nehme es trotzdem. Hallo. Hallo. Ja. Also. Spannend. Es hat wirklich, ich habe da ja überhaupt kein Investment so. Mir ist das wirklich fast alles egal. Deadpool finde ich cool. Guardians finde ich super geil. Und ja, so Spider-Man war ganz okay. So und der Rest ist mir wirklich völlig Wumpe. Aber es wäre ganz furchtbar, wenn die so CGI fürs Gesicht machen würden, dass man es halt nicht erkennt. Ah. Stimmt. Dann wäre es auch wieder sinnlos. Ja. Also Doctor Doom hat ja eigentlich auch immer so eine Maske auf. Hm. Vielleicht hat der dann auch Strom. Ich kenne diesen Version halt nicht so gut. Nee, aber vielleicht sieht man den halt auch einfach gar nicht, sondern hört nur seine Stimme. Doctor Doom. Doctor Doom. Sieht ein bisschen so aus wie eine Mischung aus Robin Hood, Link und Hulk so ein bisschen. Und? Kunstfigur. Und Iron Man eigentlich. Genau. Und hier, das war der Reveal. Und was ist das jetzt? Ah. Okay. Comic Con. Ist das Comic Con? Ja. Und er macht halt sogar die gleiche Geste wie im ersten Iron Man. So die Hände so zur Seite. Und hinter ihm Explosion. Was ist dein liebster Film aus dem MCU? Lass dich ja nicht von mir beeinflussen. Alle Scheiße auch. Okay. Nee, ich hab da glaube ich gar keinen. Ich find die alle jetzt nicht so fantastisch. Aber Guardians. Ich hab auch wenige gesehen. Ja, der ist schon einer der besseren davon. Liebe Guardians. Aber ich bin halt Deadpool Fan. Ich mach halt einfach diese Figur und ich mag halt so diese 4th War brechen und so. Ist das witzig. Ich hab aber ganz wenig gesehen vor diesen ganzen Marvel Filmen. Ja. Bin eher so DC Fan. Nicht verpasst. Also jetzt hast du es ja noch schlimmer gemacht. Ich bin DC Fan. Ich hab als Kind... DC ist ja noch verpönter als jetzt die Marvel Phase die schlechte. Das ist hier das Bubble Ding. Also ich hab als Kind sehr viel DC gelesen. Also dieses ganze Snyder Wars, Alter. Dieses ganze Zeitlupen und Justice League Scheiß. Ach so, das... Das mag doch keiner. Ich dachte da jetzt eher so an Batman und so, aber das ist okay. Jaaa. Batman war halt immer mein Favorite Comic als Kind. Ja. Bis heute. Und Gotham fand ich auch ganz gut. Die Serie. Richtig stark. Kann ich empfehlen. Auch für Menschen die keine Comics mögen. Weil das leitet so rein in die Comic Welt. Das erste Mal in der Staffel ist nur eine Krimi kann man sagen. Eine Krimiserie. Und dann fängt es langsam an sich zu komikitisieren. Oder so. Und dann wird es richtig cool. Und bleibt auch cool. Es ist eine starke Serie. Na dann. Until the end. Slide da mal lieber bei meine DMs rein. Mhm. Ja, aber ich glaube wir sind langsam durch. Wir sind durch, ja. So langsam. Durch im Schädel. Was gehen wir denn in der Woche? Jaa. Och. Weißt du. Ich finde es hat schon gebrannt das Internet. Ich finde diese ganze Trans-Thematik bei Olympia. Das war schon... Es ist ein riesen Ding. Es haben alle Medien aufgegriffen. Also... Ich habe es nur an meiner Timeline gehabt. Also das mit dem Abendmahl, das vermeintliche war auf jeden Fall groß. Das andere, was du gesagt hast, hat... Also das kannst du jetzt nicht mit Dr. Doom vergleichen. Weißt du wie die Leute die Kuhglocke geläutet haben? Ich habe Dr. Doom gar nicht mitbekommen zum Beispiel. Ja, du. Du bist ja... Ja, weil du in deiner linken Bubble bist. Ja. Von mir aus. Ich bin in der menschlichen Bubble. Du bist nicht in einer Nerd-Bubble, so wie ich. Weniger. Hm. Also ich finde schon... Nee. Ich finde schon... Ich wollte schon auf eine 7 mindestens gehen. Oh, da muss ich nochmal kurz zurückscrollen, weil 7,5 war glaube ich letzte Woche. Was war denn da? Harris, 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 Harris... Oh, blaue Moschee. Aber das war das... Das Ding. Launch Mask. Assassin's Creed letzte Woche. Ja, komm Tino, weißt du. Weil du es bist. Ganz viel Olympia. Also wenn ich bei mir scrolle war, kam ich ja nicht Olympia irgendwie und so. Ja, das ist ja klar. Männlichkeit und so. Männlichkeit. Die Männlichkeit war ganz groß. Das Ding war auch ganz groß. Haben wir sie endlich wiedergefunden, ist die Frage. Muss uns Männlichkeit wiederfinden. Mhm. Lieber Herr Bernd. Wir haben gar nicht über Mr. Beast gesprochen. Das war ja auch noch passiert. Aber das war letzte Woche schon ein bisschen, ja. Das hat sich natürlich ein bisschen zugespitzt, weil dann noch mehr Anschuldigungen kamen. Aber ja, Mr. Beast. Ich war heute Mr. Niest. Mhm. Ich habe sehr viel niesen müssen. Oh. Allergie und so. Ja. Mein Nasenspray ist aller. Muss Montag neun Zündstoff holen. Ich kenne Mr. Bean. Okay. Habt ihr Songs für die Playlist? Ihr habt eine Spotify Playlist, die nennt sich Brennholzunter Musik. Ich habe Songs. Ich habe auch einen. Marlene hat auch einen. Jack White hat ein neues Album rausgehauen. Und ich habe das glaube ich vor zwei Jahren, wann kam sein letztes, auch schon gesagt, das hört sich noch mehr White Stripes sich an. No Name heißt das. No Name heißt das Album. Auch wieder blau, ja. Und ich wünsche mir den Song, ich muss kurz gucken, ich bin noch nicht mit den Titeln Film. One. Shot. Irgendwas. Warte. Äh. Warum ist der da nicht? Ne. Hä? Der steht ja immer nicht dabei. Kann man da noch rausklappen? Ach doch, hier Number One. With a Bullet da. We are number one. Hey. So. Aber die sind alle geil. Also wirklich, ich fand Jack White ja schon immer cool, aber der hat dann seine Solo-Karriere war halt anders. Da hatte der dann andauernd Musiker dabei und hat das dann mehr ausgeschmückt. Und White Stripes fand ich halt so geil, weil das so simpel war und die nur zu zweit. Und er musste um die, um die simple Art Schlagzeug spielen von Mack White drumrum bauen, seine Lieder. Und ich liebe dieses Simple. Und das geht jetzt wieder noch mehr da zurück. Minimalistisch. Kann ich dir auch Trio empfehlen? Die war bekannt für ihn. Ja, da, da, da ist nicht das Gleiche. Wir haben noch mehr coole Songs gemacht. Ja, aber haben die, also das ist ja, ja, aber das ist doch Schlager und NDW und nicht irgendwie Rock und Rock und Roll. Das ist nicht Schlager, es ist, es ist NDW-Punk, kann man sagen. Ist nicht das Gleiche. Na ja. Jack White, da hab ich gestern mit Kopfhörer richtig aufgedreht, ich wollte dich nicht wecken hier, aber. Du, 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 du. Ja. Hast du noch einen Song? Ja, ich will momentan sehr gerne die Beastie Boys mal wieder. You ain't coming from school, but you don't want to go. Deshalb wünsche ich mir Eggman, weil das ist einfach. Eggman? Ja. Das ist doch. Ein witziger Song. Das ist doch der von Sonic. Eggman. Dr. Robotnik. Das wusste ich nicht. Mhm. Alternativ hätte ich jetzt, es gibt nur einen Rudi Föller, aber das ist sehr situativ. Stimmt. Ja, sehr. Und noch nicht für alle erklärt, glaube ich, hier im Podcast. Ich habe einen Song wieder entdeckt, ich war letztens am Teeplatz, wo hier Skatenacht war und hat eine, eine bekannte von mir DJ gemacht und hat einen Song gespielt. It's raining, 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 raining all day heißt der zufällig so? Nee, der hieß nicht so leider. Der war Theme Song auf jeden Fall bei der Skatenacht. Aber der hat mich auf jeden Fall so aus meiner, so aus meiner Kindheit wieder, also so mich daran erinnert, weil ich habe den als Kind voll oft gehört im Radio und im Fernsehen und zwar von Snap. Der hat mir diesen Song gemacht, I got the power. Aber ich tue den Song von denen rein, The First, The Last Eternity Till The End von Snap. Den habe ich so oft gehört als Kind und habe ich völlig vergessen. Ich habe den safe 20 Jahre nicht mehr gehört. Jetzt bin ich ja 30 und den mache ich jetzt rein, habe ich wieder für mich entdeckt und der ist schon drin. Okay. Schon reingemacht heute Mittag. Schön. Ja, dann bleibt eigentlich nur noch zu sagen, wascht euch da draußen. Snapchat White und Beastie Boys ist ein guter Klassiker einfach. Dieses kleine Gespräch, was wir gerade darüber hatten, war ein Snapchat. Das stimmt. Mhm. Ja. Gut. Leute, wascht euch. Geht ähm... Noch nicht wählen, aber bald. Geht bald wählen. Wir haben Thüringen bald Landtagswahl. Mhm. Das wird auch noch für uns ein Thema sein. Der Wahlmacherkandidat für die SPD ist gestorben zum Beispiel. Der Thomas Hattung, der überall jetzt getränkt, der ist gestorben. Der ist gestorben? Ach Scheiße. Ja. Ich habe den noch früher, also ich habe die Wahlplakate gesehen und habe halt wirklich gedacht, oh, was ist mit dem passiert? Aber hauptsächlich weil halt seine Haare ab sind. Er hatte früher immer so fast wie ein Afro so lockiges Haar. Dann kriege ich längere Haare so ein bisschen und war auch ein bisschen kräftiger. Es ist irgendwie schlank geworden, kurze Haare. Ob es das war, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist er an einer Krankheit gestorben und so relativ kurzfristig. Und ist jetzt quasi... Die war ja fast verschoben geworden, deswegen. Aber sie haben es so gemacht, dass wir wählen können zum 1. September. Nett. Ja. Ja. Rest in Peace. Er hätte das gewollt. Er war ein cooler Typ, Thomas Hattung. Ja. Rest in Peace. Ja. Okay. Dann mit diesem Uplifting-Ende entlassen wir euch aus der Frühstunde. Ich weiß, wer nicht gestorben ist, Jack White. Ja. Ui. Der wird noch so geile Alben machen. Hoffentlich. Gut. Tschüss. Tschüss. ßbüßbüßbüßbüßbüßbüßbüßbüßbüßbüßbüßbüßbüßbüßbüßbüßbüßbüßbüßbüßbüßbüßbüßbüßbüßbüßbüßbüßbüßbüßbüßbüßbüßbüßbüßbüßbüßbüßbüßbüßbüßbüßbüßbüßbüßbüßbüßbüßbüßbüßbüßbüßbüßbüßbüßbüßbüßbüßbüßbüßbüßbüßbüßbüßbüßbüßbüßbüßbüßbüßbüßbüßbüßb